Tiefwinterlich präsentierte sich Ischgl am Ostermontag beim Top of the Mountain Easter Concert mit Nina Tschuba. Für Nina war es nicht nur das erste Konzert in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus eine Premiere. Ich hatte Bock. Ich habe noch nie im Schnee, doch, im Schnee habe ich schon mal gespielt, aber so in so einem Skigebiet ist schon was Besonderes, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Gefreut haben sich sichtlich auch die Fans der sympathischen Künstlerin und ließen sich vom ersten Augenblick an mitreißen. Was wünscht sich Nina Tschuba vom Osterhasen? Ich habe keine Wünsche, ich bin eigentlich sehr froh gerade. Wünsche mir vom Osterhasen, dass alles so weitergeht wie bisher. Weiter gehen wird es schon bald mit neuer Musik. Es wird schon in sehr kurzer Zeit etwas auf uns zukommen und ich werde heute tatsächlich auf dem Berg auch sechs neue Songs spielen. Das heißt, die ersten Leute hier werden schon einen kleinen Geschmack von meinem neuen Album bekommen. Die neuen Songs haben die Feuertaufe vor dem Ischkla Live Publikum erfolgreich bestanden. Das gehört natürlich gebührend gefeiert. Ich habe auf jeden Fall Lust auf Skifahren, vielleicht probiere ich es morgen auch mal wieder aus. Ich habe natürlich wieder ein bisschen Angst, aber ich hoffe, ich kann es noch so ein bisschen. So eine blaue Piste wird schon drin sein. Gelegenheit zum Skifahren haben Nina Tschuba und alle anderen Wintersportbegeisterten in Ischkla auf alle Fälle noch bis Anfang Mai. Egal welche Temperatur, triff uns im Checksuit Velour. Dankeschön! 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 Vielen Dank.